Gutes Programm dafür. So, also da ist die Glase. Und dann gehe ich vor. Das ist der erste Astronaut. Zwei, drei, vier. Also vier auf einer Seite haben wir schon mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, so sechs könnte passen. Fünf bis sechs. Das war am Ende. Da sehen wir drei auf einmal. Jetzt gucken wir mal, wenn er einem Herzschlag gibt, wir den kriegen. Mal nicht hecheln lassen. Da, da ist das Herzchen. Ah, da. Das sieht immer ganz krass, ne? Ja. Herzchen. Mal genau wie kurz. Jetzt wird es noch so nett. Das riechelt sich gar nicht hecheln lassen. Zwei weg. Ja, da sind ganz viele. Jetzt schauen wir noch mal einen an. Wenn ihr so ins Bild rutscht. Da ist auch ein schönes Herzchen zu sehen. Der Blubberts. Wunderbar. Ich hab doch gesagt ja. Ja, 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 ja.